Schön, dass ihr da seid. Ich verführe euch direkt nochmal ganz entschuldigen, wir haben einen kleinen Delay drin. So, und zwar möchte ich mich erstmal noch bedanken für meine ganzen Geburtstagsgeschenke bisher. Und es ist jetzt mein 8. Geburtstagsgeschenk. Und ja. Ich mach's jetzt mal gemeinsam mit euch auf. Also es ist ungefähr, ja, so groß, schon ziemlich groß. Und es ist, ähm, oh, hi, Blackie, dankeschön. Ähm, es ist, ja, eckig, es ist kantig. Ähm, es ist irgendwas härteres drin, sagen wir es mal so. Ich hab keine Ahnung. Ich kann nicht fühlen, was es ist, weil es da drin nochmal in der Packung ist. Aber wir machen es einfach mal auf. Es ist so. So, wir gucken mal rein. Eine Packung in einer Packung. So, was haben wir denn da drin? Nice! Leute, das hätte ich eigentlich vor meinem Stream auspacken müssen. Ja, da steht eine Lieferschnummer drauf, aber da steht nicht drauf, von wem es geschenkt ist. Doch, da ist ein Zettel. Da ist ein Zettel. Das Geschenk ist von... Ah! Danke! Papa, Opa, Sla... Family! Wie gerade eben. Danke an meine Family! Ich hab jetzt eine Handyhalterung. Und ich glaube, die kann man gut benutzen. Entweder im Bett, wenn man da noch am Handy irgendwelche Videos guckt. Okay, das klingt komisch. Ähm... Oder für meine nächsten Koch-Streams! Cool! Dankeschön! Nee, von meinem Opa ist das, ja. Cool, dankeschön! Boah, das sieht ja richtig brutal aus. Und dann kommt da das Handy rein und dann... Oh Gott, ich hoffe, ich mach damit keine Möbel kaputt. Oh mein Gott! Soll das ein Fitnessgerät sein oder soll das ein... Oh, holy shit. Also, auf jeden Fall. Cool! Passt mein Handy da rein, ja, ne? Ja, easy. Cool! Okay! Das ist cool. Und das ist praktisch. Dankeschön! Ah, und hier kann man es so... Ah! Ah, okay. Ah! Das ist schon cool. Okay, praktisch kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Egal, ob im Bett oder in der Küche. Und das klingt immer noch so falsch. Dankeschön! Überlegtes Geburtstagsgeschenk! Yay! Yay!